Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Heyday, Osterupdate bzw. Frühlingsupdate 2023 ist da und heute blicken wir mal darauf zurück, auf Dinge, die ich eventuell vergessen habe im Video zu erwähnen und auch Bugs, die durch das Update entstanden sind. Da war nämlich ein bisschen was los, schreibt aber jetzt, bevor ihr das Video guckt, mal gerne in die Kommentare, wie ihr denn das Update so findet und damit meine ich vor allem hier dieses Layout, weil da gehen nämlich viele Meinungen auseinander, viele mögen es nicht, manche mögen es schon und ja, also da gehen echt, ich habe alles schon gelesen, alles schon gehört, aber da jetzt nochmal so eine kompakte Antwort von euch in den Kommentaren zu lesen, wäre schon sehr, sehr hilfreich und auch sehr, sehr gut, deswegen macht mal euren unmutfreien Lauf und nutzt die Kommentarfunktion hier vom Video, werde ich weiterleiten und ja, hoffentlich wird dadurch dann Heyday ein besseres Spiel, ne? Wir geben unser Bestes, immer alles besser zu machen. Ja, also Dinge, die ich vergessen habe zu erwähnen, ist zum einen hier bei den Schiffskisten oder beziehungsweise beim Schiff allgemein, oh, das ist jetzt Puzzleteil, weißt du mal eben? Okay, das kann ich doch mal eben kurz machen, ich war nämlich gerade kurz verwirrt, nämlich wenn man ein neues Schiff holt, dann wird das da angezeigt, wie viele Sachen man davon im Shop hat, was ziemlich cool ist, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber das war vorher nämlich nicht so, dass wenn man jetzt hier auf das neue Schiff geht, dass man jetzt hier sieht und draufklickt, wie viele Sachen man davon in der Scheune hat. Bei den normalen Schiffen in den Kisten war das schon so, aber hier war das definitiv noch nicht so der Fall, da hat man einfach nur den Namen gesehen und wo es herzustellen ist. Ich glaube auch die Zeit, aber mehr aber auch nicht. Auf jeden Fall nicht die Scheuenanzahl oben rechts, dass man gesehen hat, wie viel man davon in der Scheune hat. Außerdem neu, was ich nicht erwähnt hatte, ist hier das Beleben. Leute, wie geil ist das denn? Also wie geil? Ich habe es immer gewünscht, immer gewünscht und jetzt ist es einfach da. Man braucht nur noch einmal klicken, wenn die Büsche belebt wurden. Guckt euch das an. Einfach nur noch einmal klicken. Oh, das ist so gut. Guckt euch das an. Einfach nur einmal. Oh, wir wurden erhört. Das ist, ich weiß nicht, also das feiere ich am meisten. Also das ist ja das Unerwarteste. Ich habe damit nie gerechnet, dass das überhaupt mal irgendwann geändert wird, aber es ist geändert. Vielen Dank an Hadea an dieser Stelle. Einfach nur krass. Ja, noch eine weitere Sache, die ich nicht erzählt habe. Und zwar, wenn ihr auf eine Farm geht und dann hier oben auf den Pfeil, dann steht da Bild melden. Und dieses Bild melden ist quasi eine Funktion, wenn man ein eigenes Profilbild hätte oder allgemein ein Profilbild hat, dass man das melden kann, um dann halt den User, ja, entweder das Bild zu sperren oder halt allgemein den User zu sperren. Geht jetzt im Moment halt noch nicht so ganz, weil man noch keine eigenen Bilder machen kann. Aber wenn diese Funktion geht, dann heißt das natürlich auch, dass wir eigene Bilder oder angepasste Bilder machen können. Was schon mal eine gute Sache und ein guter Hinweis darauf ist, dass eventuell im nächsten Sommer-Update vielleicht schon persönliche Bilder dabei sind. Des Weiteren haben wir die Produktionsvorschau, welche ja viele, und da gehöre ich auch zu, schlecht finden. Also das stört mich echt, dass ich hier einmal draufklicke und dann ist einfach alles, was dahinter ist, verdeckt. Also das stört mich echt, weil normalerweise gehe ich hier mal ratzfatz durch. Also so, machen wir mal so rum und dann, ja, aber jetzt ist es ja verdeckt. Das heißt, ich kann nicht einfach so ratzfatz durchgehen, weil irgendetwas wird dann verdeckt dadurch. Was echt sehr doof ist. Und manchmal ist das dann auch sogar so, dann klickt man da drauf und klickt hier drauf und wird auf einmal zu einer anderen Maschine gespawnt. Wo man dann auch noch, wenn man zu dieser anderen Maschine spawnt, sagen wir mal, wir gehen jetzt mal hier, okay, Toffee, ähm, ja, irgendwo hin. Sagen wir mal hier, ich gehe auf Honigpopcorn, klicke auf Honig und dann wird das eingesammelt. Habt ihr gesehen? Das wird eingesammelt. Und das ist meistens nicht erwünscht, dass man die Sachen einsammelt. Zum einen, weil man ja entweder für eine Produktionsaufgabe vorbereitet oder aber auch, weil man das gar nicht einsammeln will, weil die Scheune sowieso schon zu eng ist. Deswegen ist das auf jeden Fall noch zwei Sachen. Also einmal, dass das nicht dauerhaft ist und dass man nichts einsammelt, wenn man rüber geht. Meiner Meinung nach geändert werden müssen. Könnt ihr mal gerne auch eure Meinung reinschreiben, aber meiner Meinung nach sollte das auch geändert werden. Ja, kommen wir zu den Bugs. Also Bugs waren nur zwei Stück tatsächlich da, beziehungsweise zweieinhalb. Also ich habe von ein paar Leuten gehört, dass sie kein Geld mehr hatten, wo das Geld einfach weg war. Da weiß ich aber nichts bestätigt, also da habe ich keine Screenshots. Wo ich aber von Screenshots habe, leider kein Vorherbild, aber nur Nachherbilder, deswegen brauche ich euch die nicht zeigen, ist nämlich, dass Schübe weggefallen sind. Also die Schübe waren bei manchen Leuten einfach weg. Ich weiß nicht genau, wodurch das ausgelöst wird, aber Schübe waren einfach weg. Und Puzzleteile, beziehungsweise das Puzzlebuch war leer, beziehungsweise die Erfolge in dem Puzzlebuch waren weg, aber die Tiere waren trotzdem noch da. Aber natürlich bei den Tieren, die man noch nicht hatte, wo das Buch angefangen war, die waren natürlich auch weg. Also Puzzleteile weg, Schübe weg, Geld weg. Das waren so ein paar Bugs, die ich jetzt so mitbekommen habe. Hattet ihr Bugs? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich auch sehr interessieren, weil mehr ist mir jetzt nicht aufgefallen. Es sind schon größere Bugs, also wenn mein Geld oder meine Schübe weg wären, beziehungsweise auch die Reservat-Tiere, wäre das schon sehr, sehr belastend. Ja, schreibt mal gerne eure Meinung zum Video in den Kommentaren, auch zum Oster-Update, würde mich sehr interessieren. Denkt an den Creator-Code, da wurde ich auch übrigens darauf hingewiesen, dass wenn man das mit Leert-Taste eingibt, dass das dann nicht geht. Also wenn man das so macht, geht das nicht. Deswegen immer aufpassen, dass die Leert-Taste weg ist. Und dann geht das nämlich. Ja, danke fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben. Haut rein. Ciao.